Hallo zusammen zu einem weiteren SMC-Video und zwar reden wir heute über den Judas Swing von ICT. Davon seid ihr wahrscheinlich alle schon mal betroffen worden, wenn ihr den Markt einigermaßen gut gelesen habt und denkt jetzt beispielsweise, ihr seid bullisch und ihr fangt praktisch eine gute Position an, dann steigt der Preis super in eure Richtung. Ihr seht schon fast euer Profittarget in Aussicht, jedoch reversed der Preis dann brachial, stoppt euch aus oder bringt euch massiv ins Minus, sodass ihr irgendwann gezwungen seid, sehr wahrscheinlich die Position zu stoppen und dann dreht der Markt praktisch erneut und reversed in eure richtige Richtung, die ihr ursprünglich mal inne hattet. Und das ist letztlich ein Konzept, was ICT den Judas Swing nennt. Es ist die Manipulationsphase in der AMD, also im Power of Three. Das sind Konzepte, die ich mal immer wieder genannt habe, aber auch noch nicht explizit im Video behandelt habe. Das werde ich wahrscheinlich, wenn da Bedarf besteht, im nächsten SMC-Video machen. Grundsätzlich kann man das Marktgeschehen nach ICT immer in Phasen unterteilen. Und ein vorherrschendes Merkmal ist eben die AMD-Phase, die Power of Three. Das ist Akkumulation, Manipulation und Distribution. Das heißt, Order werden angesammelt. Dann gibt es eine Manipulation, um Liquidität abzugreifen, Stopp-Limits rauszubrechen, beziehungsweise wichtige Preispunkte zu erreichen. Und dann beginnt die eigentliche Distribution der Marktentfaltung, meistens eine Expansion, auch der Range. Und das ist letztlich, der Manipulationsaspekt ist der Judas Swing oder ein Teil dessen. Jetzt ist natürlich nicht jedes massive, schnelle Reversal ein Judas Swing. Deswegen versuchen wir da mal so ein paar Regeln aufzustellen. Ganz wichtig aber, es ist ein Konzept. Ihr müsst das auf eure Instrumente, auf eure Zeit, die ihr tradet, auch ausrichten, backtesten, ob das überhaupt etwas ist, was ihr eventuell nutzen könnt. Und ihr müsst idealerweise auch Price Delivery Targets definieren, die ihr als Entries nutzen wollt. Also entweder Fair Value Gaps, entweder Order Blöcke, interne High Lows etc. Es funktioniert nicht alles, aber das hängt wirklich sehr extrem vom Instrument ab. Und zum Beispiel, ICT hat über die Jahre da auch immer wieder verschiedene Zeitpunkte genannt, wo er explizit darauf schaut. Natürlich hat er einen sehr starken amerikanischen Fokus. Deswegen ist bei ihm das New York Opening auch schon zu Vorwärtszeiten wichtig. Und er bemisst zum Beispiel der Asia Range kaum Bedeutung zu. Ich hingegen habe herausgefunden, zumindest für mein Verhalten, dass gerade für den DAX die Asia Range ideal für Judas Swings ist. Nehmt das auch nicht für bare Münze, testet es bitte nach. Aber ich zeige gleich mal, was ich damit meine. Und ich kann euch sicherlich hierfür mal ein Beispiel benutzen, dass ich aktuell mit CFDs sehr erfolgreich trade. Und später gehen wir nochmal auf die New York Session ein und da einfach so ein paar Optionen. Also grundsätzlich werden durch die Judas Swings die jeweiligen Highs und Lows der Killzones beziehungsweise der jeweiligen regionalen Sessions wichtig. Für die London Session, wo eben der DAX eben auch mit drin ist, werden meiner Meinung nach eben die Asia Highs und Lows interessant. Ich habe hier mal einen Indikator, der das Ganze farblich markiert. Also die blaue ist eben die Asia Killzone, rot ist London Killzone, grün ist New York Opening und lila ist New York nach New York Lunge beziehungsweise Europe Close und meistens, das sehen wir auch, wenn wir hier so ein bisschen ein paar Tage zurückgehen, ist die Asia Session sehr rangebound. Normalerweise haben wir da ein lang gestrecktes Rechteck mit sehr geringer Bewegung. Heute war eine Ausnahme, da komme ich gleich mal dazu. Aber ich habe für mich herausgefunden, wenn wir praktisch eine sehr komprimierte Asia Range haben, funktioniert ein Duda Swing extrem gut. Und ich erzähle euch jetzt mal zumindest, welche Regeln, da ich da für mich gefunden habe, die funktionieren. Wir suchen letztlich immer einen Ausbruch aus der Range und dann gibt es quasi die Möglichkeit eines Duda Swings. Wichtig ist dabei, dass ihr eine Daily Bias habt. Ihr müsst ungefähr eine Richtung haben, wohin der Markt nach eurer Meinung geht. Also will ich eher einen bullischen Markt, möchte ich eher einen bärischen Markt, denke ich, dass wir sehr stark steigen, denke ich, dass wir konsolidieren. Zumindest mal diese Grundannahme solltet ihr haben und gleichzeitig auch, ab wann diese Grundannahme nicht mehr gültig ist. Wir waren jetzt gestern im Allzeithoch zum Beispiel. Heute haben wir es dann wieder übertroffen. Und also kann man sagen, dass wir die letzten Tage mal in einer grundsätzlichen bullischen Tendenz waren. Jetzt schauen wir uns gerade mal einfach gestern an. Wir hatten am Mittwoch eine starke Kontraktion, haben aber dann über Nacht wieder viel aufgeholt und wir haben eine sehr, sehr enge Asia Range gehabt. Es gab auch kaum News. Und wir haben praktisch nach 6 Uhr, was für mich auch gleichzeitig das True Open ist, also von den Futures her, aber auch von den Indizes. 0 Uhr 1 ist praktisch das True Open. Das wird für später noch wichtig. Könnt ihr aber zum Beispiel auch als Indikator für die London Session nehmen. Aber für mich ist es immer der Fall, wenn ich eine bullische Tendenz habe, möchte ich idealerweise, um einen Yuda Swing zu haben, ein Brechen des Asia Highs, was wir hier hatten am Donnerstag. Und dann gibt es hier quasi den Yuda Swing, der idealerweise das Asia Low rausnimmt. Und dann seht ihr die Expansion des Ganzen, die Distribution hoch bis zum Mittag und dann geht es natürlich weiter. Das wissen wir in hindsight. Aber das ist so ein Trade Entry, den ich suche. Bei bullischer Tendenz brechen Asia High, brechen Asia Low, das ist der Yuda Swing und dann geht es wieder in die eigentliche bullische Richtung weiter. Hier, stellt euch mal ganz kurz vor, also hier sind praktisch ganz viele Long gegangen. Jawohl, Ausbruch. Es gibt ja auch die Open Range Trader, die das gerne mitnehmen. Und die wurden größtenteils wahrscheinlich hier alle ausgestopft, vor allem, weil wir hier auch einen Wochen VWAP Brecher hatten und einen Wochen POG Brecher. Liquidität wird aufgenommen, um dann wieder Distribution zu machen. Also, wenn wir es wieder zu den Power of 3 nehmen, hätten wir hier die Akkumulation der Orders, hier hätten wir die Manipulation und hier hätten wir die Distribution. Und das wäre letztlich der Juda Swing. Das ist jetzt auf 15 Minuten. Wir gucken uns mal weitere Beispiele an. Erstmal nur auf die Asia Range, auf die New York komme ich dann. Hier haben wir praktisch einen Range Bound. Das wäre jetzt kein Trigger für mich, aber auch hier hätten wir nach dem True Opening praktisch einen Bereich, wo es erstmal wieder runter geht. Dann hätten wir hier bei London Open quasi einen Juda Swing, um dann wieder die Distribution zu machen. Wäre jetzt für mich ein halber Entry, weil wir hier tatsächlich direkt um 8 Uhr das Asia Low brechen. Wenn ich jetzt, kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob ich mittwochs eine bärische Tendenz hatte, aber hier hätten wir halt kein ideales Brechen des Highs, aber wir haben ein Antesten des True Openings und dann wird abverkauft. Und ihr seht, da müsst ihr für euch einfach nach eurem Risikoverhalten mal ein bisschen backtesten, was für euch besser funktioniert. Für mich passiert diesen Doppelbrecher sehr, sehr gut. Kann aber auch sein, dass für euch Einbrecher und Fail vom True Opening nochmal passiert. Das hat zum Beispiel ICT im 2016er Modell für Forex ganz stark gemacht. Also wenn das True Opening respektiert wurde, also wenn wir ein Brechen nach unten haben und der Preis unter dem True Opening bleibt, wäre das jetzt für Forex ein extremer bärischer Juda Swing. Könnte man dazu nehmen. Müsst ihr einfach backtesten. Zugegebenermaßen ist die Asia Session für mein Dafürhalten jetzt hier aber auch schon eine Expansion. Und wir haben hier praktisch eine riesige Gap aufgefüllt. Das wäre wahrscheinlich etwas, was ich nicht unbedingt traden würde. Und wir können hier nochmal kurz auch anschauen. Asia High wird gebrochen, Asia Low wird gebrochen. Dann wird weiter Distribution Bullish gemacht. Das sind einfach so Ideen vielleicht, wo ihr mal austesten könnt, was da nach euren Instrumenten passt. Es ist auf jeden Fall immer eine starke Marktmanipulation. Und idealerweise müsst ihr für euch definieren, zu welchem Preis Array der Juda Swing geht, um Liquidität abzugreifen. Ja, und wir wissen ja, when in doubt, look left. Also schauen wir einfach mal bei dem Beispiel. Hier haben wir quasi einen Bullish Order Block, der praktisch hier nochmal revisit wurde. Gleichzeitig haben wir hier auch das Low rausgenommen. Das wären so zwei Liquiditäts-Grabs, die wir haben. Wir haben das London Open des Vortrags rausgenommen. Wenn wir hier schauen, hier hätten wir auch einen Order Block, der praktisch abgegriffen wurde. und gleichzeitig natürlich das True Opening. Das heißt, Shorts, die entweder hier short gegangen sind, könnten ihre Stop Limits auch beim True Opening gemacht haben. Die wurden dann auch aufgelöst und dann geht es weiter nach runter. Das sind einfach so Möglichkeiten. Ich persönlich finde eine Fair Value Gap sehr schön. Da schaue ich immer danach. Da hätten wir hier zum Beispiel auch was gehabt. Und hier müsste man eventuell mal auf die kleineren Zeiteinheiten schauen, ob man da eine Möglichkeit hat. Also ich würde, ich schaue immer ganz gern auf auch Fair Value Gaps, die durch den UDA Swing vom Vortrag oder von der Asia Session in dem Fall rausgenommen werden, um da eventuell nach einem schönen Entry zu suchen. Auch hier hatten wir hier noch eine schöne, unten nochmal ein Order Block, wurde hier auch abgegriffen. Das müsst ihr aber einfach für euer Instrument letztlich checken. ICT hat früher auch gesagt, dass praktisch das Retracement von des UDA Swings immer so 20 bis 30 Prozent der Range der vorherigen Session beinhaltet. Das habe ich jetzt persönlich für mich noch nicht gebacktestet, weil ich eben meistens auf die Fair Value Gaps schaue oder auf die offenen Volume Points. Das wäre auch was, was eventuell ihr euch anschauen könntet. Das wäre jetzt mal für den DAX beziehungsweise den Fuzzi oder was auch immer. Es gibt ja auch manche, die die US-Märkte traden. Einfach mal hier als Beispiel. Und wenn wir noch im DAX sind, natürlich ist alles bei ICT fraktal. Das heißt, das Ganze geht es natürlich auf höheren Zeitebenen auch. Klar, auf kleineren auch. Also UDA Swing findet ihr auch auf einer Minute. Man muss es aber nicht übertreiben. Wenn wir ganz kurz mal auf den Daily im DAX gehen, habe ich hier mal einfach die Wochenranges völlig random markiert. Aber hier seht ihr ja auch, dass wir hier auch eine gewisse AMD-Phase auf Tages- beziehungsweise Wochenbasis haben. Und auch hier haben wir einfach Wochen mit sehr, sehr kleinen, engen Ranges, wo wirklich nicht viel passiert. Vielleicht Intraday, aber jetzt im Großen und Ganzen natürlich nicht. Und wir haben massive Expansions-Moves und eventuell auch tatsächlich UDA Swings auf Tagesebene, die dann eventuell kurz dich noch mal ausstoppen. Zum Beispiel, wenn wir hier einfach eine bärische Delance haben, wäre hier kurz vor oder Mitte Dezember eigentlich ein wunderschöner UDA Swing, der alle Stop-Limits der Shorts hier rausnimmt. Das hat sich über mehrere Tage angebahnt. Und dann wird praktisch eine Distribution nach unten weiter durchgeführt. Genauso haben wir, wenn wir hier praktisch Bullish sind, hier auch eine ganz große Kerze nach unten, UDA Swing, um dann weiter hochzugehen. Natürlich muss man dann auf die kürzeren Zeiteinheiten gehen, um nach Entries zu suchen, um mögliche PD-Arrays zu entdecken. Aber nur einfach zum Verständnis, es ist jetzt nicht so, dass dieses Konzept nur für Scalper oder Intraday-Händler ist. Mit gewissem Kapitalvermögen und Durchhaltewillen könnt ihr diese Elemente natürlich auch auf vier Stunden, Tage, sogar Wochen sehen. Kommen vielleicht dann nicht so häufiger vor, weil unser Zeitframe natürlich ein riesiger ist. Aber dazu könnt ihr ja dann praktisch auf die unteren Reihen machen. Ihr solltet auf jeden Fall mal die generelle Bias euch auf den Tag oder vier Stunden Ebene nehmen. Gehen wir jetzt noch mal ganz kurz auf die US-Indizes. Und da zeige ich euch noch was oder erzähle euch erst mal, was ICT sagt und versuche dann noch so meine Sachen zu geben. Also wenn wir uns die US-Indizes anzahlen, ist logischerweise die London Session wichtig. Und zwar macht da ICT so ein bisschen noch eine größere Spanne, die außerhalb seiner üblichen Killzone-Bereichen liegt. Er sagt, dass also äquivalent 8 Uhr morgens unserer Zeit bis 14 Uhr morgens unserer Zeit erste Tendenzen, also Aufbau für einen Judas Swing existieren. Und dann kommt es darauf an, wenn wir 14.30 Uhr ein News-Event haben, sollte es das Ganze wahrscheinlich bis zum Opening plus 30 Minuten verschieben. Und wir haben ja an sehr vielen Tagen eigentlich News-Events um 14.30 Uhr. Ansonsten sollte man in der Zeit 14 bis 15 Uhr, 13.30 bis 15 Uhr nach einem möglichen Judas Swing schauen oder eben direkt am New York Opening. Das sind einfach so Zeitpunkte, die ihr euch da markieren könnt. Und hier sind auch wieder für die US-Session vor allem London Open High und das True Opening wichtig. Und zwar schauen wir uns mal einfach da auch ein paar Tage an. Wenn wir uns jetzt hier am letzten Mittwoch uns das Ganze anschauen, wir haben also hier einen Downtrend und wir sind praktisch permanent unter dem London Low. Wäre jetzt für mich nicht unbedingt ein interessanter Bereich, aber auch hier hätten wir eine kleine Manipulation, die praktisch das Ganze reversed, um dann nach dem New York Lunch weiter abzuverkaufen. Wäre jetzt aber für mich kein klassischer Judas Swing und hätte ich jetzt auch nicht getradet. Ihr seht auch hier, dass wir extrem Range Bonds sind. Wir haben eigentlich keine Möglichkeit, da irgendwas groß zu machen. Das wäre jetzt für mich nichts. Das hier sieht schon ein bisschen besser aus. Wir hätten praktisch hier einen Failed Retest vom London High. Dann geht es runter. Dann hätten wir hier nochmal einen Abverkauf und dann spiken wir über das London High hoch. Gehen nochmal unten drunter und dann expandieren wir weiter. Wäre allerdings jetzt auch, also es ist genau zum New York Opening. Ich finde das New York Opening persönlich extrem schwer zu traden. Ich warte da auch meistens 15 Minuten, aber hier wäre zum Beispiel im Prinzip ein sehr, sehr schöner Judas Swing, wo ihr noch praktisch mit dem New York Opening Prize einen schönen Retest hättet und dann weiter hoch. Und bei der Gelegenheit natürlich sind die ganzen Konzepte, die wir davor in den Videos erklärt haben, jetzt auch nicht umsonst. Wenn ich jetzt mal mein geschultes Auge hier drauf packe, sieht es ja eigentlich schon sehr gut nach einem nahezu perfekten OTE-Retest aus. Ja, das kann man dann, bei ICT ist es ja immer so, die verschiedenen Layer müssen sich addieren, um eure Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Trade zu holen. Deswegen ist es meistens sinnvoll, vor allem in der aktuellen Zeit, nicht direkt am Opening irgendwo reinzugehen, weil wenn ihr die ersten Minuten kriegt, dann kriegt ihr ja meistens nicht hin. Also wenn es hier das Opening war, seid ihr vielleicht hier irgendwann mal long gegangen, freut euch, wenn wir da oben sind und dann gibt es den harten Abverkauf, der fast 70 Punkte, über 70 Punkte war. Viel Spaß dabei, das zu halten. Nur um dann den Preis wieder in eure Richtung gehen zu sehen. Dann wartet man halt dann lieber vielleicht 15, 20, 30 Minuten, schaut es an, hat vielleicht, wenn das High hier drin war und wir praktisch hier ein Pivot haben, Low, Low, High, legt man sich halt eine FIP an und dann wartet man halt und wenn es sich hier dann auf einer tieferen Zeit in der Ebene darstellt, dass das hält, hier hätten wir praktisch ein Fill von der Failure Gap, die hier drin ist, na, das scheint ein ganz guter Entry zu sein und ist gleichzeitig als Judas-String zu sehen, weil es eine massive Manipulation des Preises ist. Das einfach als Möglichkeit. Ich würde euch raten, wenn ihr das traden wollt, backtesten, 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 haut euch entweder mit einem Indikator oder zeichnet es euch ein, die True Openings und die Highs und Lows der jeweiligen Sessions ein und dann guckt mit eurem Instrument, ob das was für euch ist, ob ihr auch eine gewisse Geduld habt, darauf zu warten oder euch das einfach in das Arsenal eurer möglichen Trades reingeht. Also idealerweise hat man ja verschiedene Konzepte, aus denen man wählen kann und die Judas-Srings sind doch sehr zeitgebunden und dann hängt es so ein bisschen von euren Backtests und dem Instrument ab, wie das dann passt. Hier haben wir zum Beispiel auch einen sehr, sehr schönen. Also da ist der Risk-Reward natürlich super und da müsst ihr einfach sehen, wenn das praktisch über die Ranges sowieso rausgeht, was sind so Möglichkeiten, wo schaue ich praktisch, was gefüllt wird. Hier hätten wir ein oberes Füllen, der Fair Value Gap zum Beispiel. Wenn wir weiter nach links gehen, müssen wir erstmal weit gucken, was das hier eigentlich war. Das wird wahrscheinlich hier der Pock gewesen sein, beziehungsweise hier hätten wir auch noch eine offene gehabt. Eben, da müsst ihr wirklich extrem schauen, auf was ihr gucken müsst. Manche machen den Judas-Sring nur mit Breaker Blocks, manche machen den Judas-Sring nur mit Fair Value Gaps, manche konzentrieren sich komplett auf die Volumenprofile, die offenen. Dann knackt man da praktisch einen offenen Value Area High oder so an und dann reversed. Manche arbeiten aber nur mit den jeweiligen Session Highs und Lows. Geht alles. Ihr müsst einfach Speck testen und eure Wahrscheinlichkeit feststellen. Ich bin jetzt persönlich niemand, der auf ein, zwei Minuten tradet und ihr seht ja, die Euros-Srings dadurch, dass es Manipulation ist, sollen ja ganz schnell oder soll ganz schnell die Liquidität abgegriffen werden. Orientiere ich mich da an größeren Konzepten. Es gibt praktisch Trader, die das Ganze auf der Ein-Minuten- oder Zwei-Minuten-Ebene mit Change-of-Character-Trade. Das wäre jetzt persönlich für mich nichts, aber das ist natürlich auch ein Konzept, was man machen kann. Also jetzt mal hier als Beispiel. Hier hätten wir eben eine gewisse Manipulation nach unten. Natürlich muss man da entsprechend schnell sein. Ja, könnt ihr euch vorstellen. Aber hier hätten wir praktisch einen bullischen Aufbau Higher High, Higher Low permanent. Und hier hätten wir dann Change of Character. Das Higher Low wird gebrochen. Es geht ein neues, ein neues Lower Low praktisch rein. Wir schaffen es auch hier nicht, das neues hoch reinzubringen. Und dieser Retest ist dann für manche Händler ein Entry. Ja, also praktisch die Rückkehr zu diesem Lower Low. Man könnte jetzt wahrscheinlich auch ein, genau, wenn man da ein OTE-Entry hätte und das war, das ist ein POC der Session, hätte man dann auch einen schönen Entry. Das sind jetzt wenige, oder es sind auch nicht so wenige tatsächlich, das sind immerhin 20 Pips. Ne, 20 Punkte, 80 Pips. Also das ist schon eine Menge. Man muss halt schnell reagieren. Also das sind dann irgendwie 8 bis 10 Minuten. Es gibt manche, die so traden. Für mich wäre das ein bisschen zu hektisch, zumindest auch aktuell. Aber auf der kurzeren Zeitebene kann man praktisch auch mit einem Change of Character arbeiten und das dann bei einem Retest als Entrypunkt nehmen. Backtesten, vielleicht liegt es euch. Wollte ich euch einfach nochmal kurz vorstellen, dass das natürlich auch eine Möglichkeit ist, das Ganze so zu betrachten. Das war es eigentlich schon. Der Judas Swing ist nicht irgendwas ultra Kompliziertes und vor allem kennen wir ihn wahrscheinlich alle, weil wir alle schon mal am anderen Ende vom Judas Swing hingen. Ich glaube, am sinnvollsten ist es, wenn man das Ganze als Konzept nimmt, das einem ein gewisses Warten anerziehen soll. Springt nicht sofort, wenn sich irgendwas in eure Richtung bewegt, rein. Das sagt auch ICT. Man soll nicht immer dem Preis hinterherhächeln, sondern wenn ihr beim Retracement reinkommt, habt ihr erstens einen viel, viel besseren Risk-Reward. Zweitens ist nach unten euer Stop-Limit-Zufahr. Also jetzt nehmen wir jetzt mal dieses bescheuerte 2-Minuten-Beispiel. Ich bin Bullish, ich bin Bullish, ich bin Bullish. Ich gehe hier rein. Wir sind praktisch über dem Value Area High. Wunderbar. Jetzt müsste ich, wenn ich hart davon überzeugt bin, dass es geht, 46, 20 Punkte im Nasdaq halten. Das mag bei ein, zwei Mikrokontakten noch vertretbar sein. Wenn ihr normale Minis tradet, wird es schon ganz kostspielig, je nach Depotgröße. Wenn man hier retestet, selbst wenn ihr den OTE, der OTE wurde ja auch unterschritten sogar, wenn man das gesehen hat. Aber ihr habt natürlich ein wesentlich besseres Risk-Reward. Also wenn ihr jetzt beim OTE praktisch reingegangen wäret, dann hättet ihr bis zum Tief 6 Punkte halten müssen. Wenn ihr euren Stop-Limit hier drunter setzt, seid ihr recht safe und ihr habt nach oben natürlich einen wesentlich besseren Risk-Reward. Das ist einfach so als Idee. Schaut es euch an, backtestet es bitte, bitte, bitte unbedingt für eure Instrumente und auch eure Zeit. Ich habe wirklich mein Segen mit den DAX-Sachen gefunden. Ich denke, das funktioniert da sehr, sehr gut. Für mich zumindest. Ich bin da in den letzten Tagen und Wochen sehr schön erfolgreich mit den CFDs. Kann sein, dass das nichts für euch ist. Aber ich bin der Meinung, dass im DAX oder allgemein Europa sehr viel mechanisch von den großen Jungs und Mädels getradet wird und da extrem gut FIPS respektiert werden. Equilibrium-Retest, Premium-Discount. Ja, funktioniert super. Und New York ist gerade recht hektisch, ist zumindest meine Ansicht. Aber ja, das war es auch schon. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang. Es ist eigentlich ein kleineres Konzept, was aber jetzt, glaube ich, bei der Erklärung auch diesen ganzen AMD-Zyklus und die Power of Three ein bisschen angerissen hat. Wenn ihr da nochmal ein extra Video dazu haben wollt, meldet euch. Auch gerne, was ihr für weitere Videos haben wollt. Ich will jetzt wieder mehr SMC-Videos machen. Aus irgendeinem Grund scheinen meine Videos gerade so ein bisschen zu trenden, was mich natürlich freut. Wir haben jetzt eine Menge neue Leute, auch auf dem Discord, die speziell deswegen zu uns kommen. Und da bin ich natürlich daran interessiert, dass ich von euch das Feedback bekomme, was ihr als nächstes Video haben wollt, was ich euch erklären soll. Ja, da bin ich einfach auf euch angewiesen. Vielen Dank. Ich bin jetzt gerade in Basel und werde mich morgen nach Köln zum User-Treffen aufmachen. Falls spontan noch Leute dazukommen, einfach melden. Wir sind schon ein paar Leute. Müssen wir gucken, ob wir vielleicht auch nachbestellen müssen beim Barbecue. Aber ansonsten wird es eine schöne Sache. Ich versuche, die Kaffeerunde tatsächlich am Sonntag aufzunehmen. Und dann schauen wir mal. Vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Video.